Web-Animationen effizient einsetzen ist der Titel dieses Vortrages. Wer jetzt hier falsch ist, hat jetzt noch die Möglichkeit rauszurennen. Ansonsten kriegt ihr jetzt 45 Minuten hier zu diesem Thema einen Schnelldurchlauf. Ich sage es extra vorweg, weil ich mir viele Gedanken gemacht habe. Aber das Problem ist, dass ich jetzt ungefähr eine Informationsdichte von locker drei Tagen versuche, irgendwie in 45 Minuten unterzubringen. Also stellt euch darauf ein, dass ich an vielen Stellen nicht so richtig ins Detail gehen kann, weil es einfach ein sehr komplexes Thema ist, ein sehr großes Thema ist. Ich viele Punkte aber trotzdem anreißen möchte, weil ich sie für relevant halte. Das heißt, wenn euch dann im Nachgang einzelne Aspekte besonders interessieren oder wenn ihr da grundsätzlich Interesse mal habt, dann sprecht mich gerne an. Ich bin jetzt auch noch den ganzen Tag hier. Dann können wir gerne auch noch mal ein bisschen weiter dazu sprechen, darüber reden. Kurze Frage vorab. Wer von euch setzt denn Web-Animationen schon häufiger ein? Hand hoch. Ah, so ein paar. Wer von euch ist denn als Coder eher unterwegs? Also nicht so sehr Designer, sondern Coder? Oh, viele. Wer ist denn eher Designer unterwegs? Okay, das ist dann doch die meisten. Dann bin ich beruhigt. Es ist eine sehr, sehr gute Zielgruppe jetzt gerade hier. Wer von euch hat denn meinen Web-Animationsvertrag vor zwei Jahren denn schon mal gesehen? Keiner? Hätte ich eigentlich denselben nochmal machen können. Schade. Nicht mehr Arbeit sparen können. Nein. Natürlich hat sich auch einiges getan in der Zeit. Und es sind ganz viele andere Dinge, die jetzt hier eine Relevanz haben und die ich heute zeigen möchte. Gut. Fangen wir an. Also kurz zu meiner Person. Ich möchte jetzt auch gar nicht groß ausschweifen dazu. Deswegen so ein kleines Moodboard hier, wo ich unterwegs bin. Das ist so mein Wirkungskreis. Natürlich relativ viel in dem Adobe-Kontext, aber nicht nur, sondern auch mit allen anderen Technologien da draußen. Genauso unterwegs. Ansonsten gerne Kaffee, Musik und Bier. Das heißt, wenn ihr mich nachher sucht am ehesten an der Kaffeemaschine, dann können wir da über alles reden. Grundsätzlich bin ich eben jemand, der hätte auch wohin bei allem aufzeigen müssen. Also ich bin jetzt kein reiner Coder. Ich bin auch kein reiner Designer. Ich bin auch kein reiner UXer. Ich bin auch kein reiner Trainer, sondern ich bin eigentlich, was man heutzutage wahrscheinlich so als Vollhybride bezeichnen würde. Also ich bin irgendwo in diesem Wirkungskreis genau dazwischen. Und das finde ich aber auch spannend, weil wir seit Jahren schon immer versuchen, da diesen Brückenschlag auch herzustellen und diese Welten miteinander zu vereinen. Weil erst dann, wenn hier alles Hand in Hand greift, kann man zu erstklassigen digitalen Inhalten kommen. Deswegen bin ich aber auch jetzt schon seit mehreren Jahren unterwegs, um ja quasi mit meiner Mission dieses digitale Storytelling voranzutreiben. Weil ich selber der Meinung bin, es findet noch viel zu wenig statt da draußen. Es wird noch viel zu wenig eingesetzt, was die Möglichkeiten im Digitalen betrifft, um eben für den Nutzer nachher ein erstklassiges digitales Erlebnis auch zu erstellen und bereitzustellen. Und das ist das, worum es eigentlich gehen sollte. So, kleines Beispiel, damit ihr euch das mal ein bisschen besser veranschaulichen könnt, was ich eigentlich meine. So, wir waren mit einer Agentur aus Bonn beauftragt für die Telekom Smart Home Produktwelt, deren Online-Shop etwas interessanter zu gestalten, sagen wir es mal so. So, das sah erst mal so aus, als wir es damals uns angeschaut haben und der Kunde sagte, wir verkaufen nicht, warum? So, und da ist dann das Problem, diese ominösen grauen Boxen, als Kunde habe ich überhaupt keinen Bezug dazu. Ich weiß nicht, was ein Tür-Fenster-Kontakt da macht und warum ich für dieses Ding 40 Euro ausgeben sollte. Und das hat mich halt dann nicht überzeugt als Kunde, also bin ich auch nicht so geneigt, da zu einem Abschluss zu kommen. Das ist das, was wir dann im Endeffekt daraus gemacht haben, nämlich diese Produktwelt erfahrbar machen. Das zeige ich jetzt hier mal in dieser Live-Demo. Das heißt, man hat hier jetzt auf dieser Webseite, das ist also wirklich auch online, live auf der Webseite selber, eine Welt, in der man sich als Kunde dann selber diese Produktwelt mal zu Gemüte führen kann und selber mal explorativ reingehen kann und schauen kann, was dieses Produkt Smart Home eigentlich für mich dann im Alltag bedeutet. Und beispielsweise jetzt hier in der Küche auch mit Philips Hue zum Beispiel dann diese Beleuchtung einzustellen, kann also hier dann selber drin rumexperimentieren, natürlich auch immer direkt zu dem Produkt kommen, das mich interessiert. Aber ich werde nicht erstmal mit diesen Produkten so konfrontiert und zugeballert, dass ich nichts anderes mehr sehe und kann mir auch ganze Szenarien angucken. Das heißt, ich lehne mich dann als User ein bisschen zurück und kann mir das dann zu Gemüte führen, um jetzt hier zu sehen, was passiert eigentlich, wenn der Toaster brennt. So, was habe ich jetzt von diesen Smart Home-Geschichten? Das heißt, es ist anwendungsbezogen und immer auf mich als Nutzer bezogen. Dass ich also nicht von diesem Produkt und welche Feature hat das, sondern was bringt mir das tatsächlich in meine Situation, in meinem Alltag? So, warum ich dieses Beispiel gerne zeige, hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist eher diese Marketing und Success Story davon, dass es nämlich hier so erfolgreich gewesen ist mit diesem Einsatz, dass das, was ursprünglich mal einfach als kleine Web-Demo geplant war, dann in den einzelnen Geschäften auf Tablets als Point of Sales eingesetzt wurde, weil es so gut performt hat, weil die Conversion so stark gestiegen ist in dem Online-Shop, dass sie es also auch in realen Shops einsetzen wollten und in dem dritten Schritt sogar den Außendienstmitarbeiter mitgegeben haben, damit die eigenen Mitarbeiter das Produkt besser verstehen, um es besser vermitteln zu können. Das ist die eine Seite davon und die andere Seite, die ich jetzt persönlich eigentlich fast noch spannender finde, ist die technologische Seite dahinter, nämlich das, was ihr hier seht, was das auf einer technologischen Ebene bedeutet, ist eigentlich nichts anderes, als PNGs mit Transparenz ein- und auszublenden. Also es ist kein 360 Grad, es ist kein VR, es ist keine modernste Web-Technologie, sondern es ist eine einfache, basale Technologie, aber dann mit einer vernünftigen Strategie sinnvoll angewendet, klar ein bisschen mit Code angereichert, ein bisschen Architekturlogik im Hintergrund, aber das ist kalkulierbar. Das ist was, was man auch in einem überschaubaren Rahmen umsetzen kann und auch dann nachhaltig erweitern kann und ohne großen Aufwand zum Beispiel um weitere Produkte ergänzen kann. Das konnte dann auch die Agentur ohne unser weiteres Involvement machen. Das heißt, hier dann halt auch dieses Zusammenspiel als Technologiepartner, dass man jemanden befähigt, dann selber sowas dann weiterzutreiben, das finde ich halt auch immer wichtig, dass es dann eben langfristig für Projekte funktioniert. Aber warum brauchen wir jetzt eigentlich Animationen? Oder die Frage, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich werde damit häufiger konfrontiert, warum sollte man denn jetzt Animationen überhaupt benutzen, gerade wenn man dem Kunden dann was verkauft? Sagt er, ja kann man das nicht weglassen? Grundsätzlich natürlich ja, aber Animationen sind meiner Meinung nach so ein bisschen wie Farbe im Web. Man würde das Web auch ohne Farbe nutzen können, das würde funktionieren, aber es wäre wesentlich weniger schön und wesentlich weniger effizient, weil sowas unterstützt halt eben auch das Verständnis. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern es gibt da noch ein paar andere Leute, die auch eine ähnliche Meinung vertreten. Zum Beispiel hier Gary Henderson, der gesagt hat, dass in 2018 es vor allen Dingen beim Content Marketing darum geht, interessanten Inhalt zu erstellen, mit dem Leute sich auseinandersetzen wollen. Also hier kommt dieses Engaging dann tatsächlich mal wörtlich drin vor. Ansonsten will ich es heute vermeiden zu sagen. Es ist aber auch ein klassisches Storytelling-Prinzip, dass man sagt, die Sachen lieber zu zeigen, als darüber zu erzählen, weil die Leute tatsächlich mit 77% größerer Response Rate reagieren, wenn es nicht reiner Text ist, sondern mit Videos und Bildern angereichert ist. Ein paar andere Fakten noch, muss ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber das Hirn verarbeitet visuelle Informationen einfach schneller. Leute wollen lieber Videos und Animationen sehen, als einen Text zu lesen. Und wenn man eine Animation oder ein Video im Above-the-Fold einsetzt, dann steigert das die Conversion um bis zu 80%. Also es geht hier nicht um Marginalien. Es geht nicht darum, es ist ein bisschen besser, sondern wenn man das sinnvoll einsetzt, dann kann man damit extrem viel erreichen. So, und das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Also grundsätzlich, Faustregel, mehr Multimedia. Multimedia ist jetzt ein antiquierter Begriff zwar, aber passt hier ganz gut. Also diese reichen, interaktiven, animierten Inhalte, um die es geht, bedeutet mehr Views, also mehr Erfolg mit meinen digitalen Inhalten. Kleine Anekdote, verzeiht mir das an dieser Stelle, aber die trifft das Ganze eigentlich immer ganz gut. 2014 waren wir eingeladen hier in Berlin auf der Adobe Creative Jam Challenge, da auf dem Event live gegen andere Teams anzutreten. Wir haben erst vor Ort das Thema genannt bekommen. Wir waren als Team Web unterwegs. Das heißt, wir hatten halt eben dieses alles mit Animation und Interaktivität gegen Team Photoshop und gegen Team Konzeption und so weiter. Und uns war klar, gerade mit so Leuten wie Uli Steiger, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch den kennt, der ist halt im Photoshop-Segment echt eine kurze Fähre, aber wir wussten, rein visuell können wir da nicht mithalten. Da sind die einfach so kompetent, das übersteigt unsere Fähigkeiten. Also haben wir das mal analysiert, was wir denn dagegen halten können. Also das waren dann die Ergebnisse von zwei der anderen Teams. Man muss dazu sagen, wir hatten 90 Minuten Zeit vor Ort zu konzipieren, 60 Minuten Zeit zu konzipieren und 90 Minuten Zeit zur Umsetzung. Also das war alles live während des Events. Und ich bin da immer noch beeindruckt, was sie da in der Zeit geschaffen haben. Das Thema war ein Zitat von Seneca, habt ihr gerade gesehen, ist jetzt auch erstmal irrelevant. Für uns war halt wichtig, wir haben was, was die anderen Teams nicht haben. Die können was ästhetisch Schönes erstellen, ein tolles Bild, was man sich anguckt und auch vielleicht emotional insofern gut oder schlecht findet. Aber wir haben die Möglichkeit, mit Animation, mit Interaktivität, mit Social Engagement Emotionen zu steuern und zu erreichen. Und das ist dann das, was daraus geworden ist, unser kleiner Karl. Riesen Respekt nochmal an Daniel Lieske, der halt wirklich in 90 Minuten diese ganze Welt geskribbelt hat. Ein großartiger Zeichner, Illustrator. Und wir haben es halt zum Leben erweckt. Das ist jetzt hier als Video abgefilmt. Aber man konnte diese Figur dann mit den Pfeiltasten zum Beispiel steuern. Das war uns aber noch nicht genug. Also jetzt, dass eine Person das steuern kann, ist halt noch nicht so dieses Evozieren von Emotionen. Wir hatten dann halt, dass man als Spieler dann gegen so Hindernisse kommt. Und die sorgen dafür, dass man nicht weiter kann. So Weltraumschrott. Und dann kam halt dieses Ergebnis. Dann haben wir die Leute aber vor Ort und über die sozialen Netzwerke gebeten, dass sie mit dem Hashtag Sternenfreund Motivationstweets absetzen können, die dann live ausgelesen wurden. Und wenn dann jemand was Motivierendes mit dem Hashtag Sternenfreund gepostet hat über Twitter, dann wurde so ein Hindernis zerstört. Wir hatten natürlich die großen Bedenken, dass nachher keiner twittern würde. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Die Leute, die vor Ort saßen, die hatten da richtig Spaß. Die haben halt ihrer Community immer gesagt, hey, mach da mit. Und twittert auch. Und da kamen halt echt tolle Tweets. Sondern als wir das dann präsentiert haben, einer aus dem Publikum, ah, das war ich. Und die Leute haben halt richtig mitgefiebert. Und das war halt eben das, warum ich das gerne erzähle, die Geschichte. Weil wir es dadurch geschafft haben, eben obwohl wir auf der visuellen, rein ästhetischen Ebene längst nicht da mithalten konnten, aber eine eigene Qualität reinzubringen und die Leute abzuholen, mitzunehmen und diesen ganzen, ja, ganzen Emotionspart damit zu involvieren. Und dadurch haben wir dann nachher auch diesen Publikumspreis gewonnen. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Also es geht nicht darum, dass ich mich jetzt hier abfeiere, sondern dass ihr das selber so mitnehmt als Idee, als Anregung darüber nachzudenken, was man mit Animation und Infaktivität halt eben auch im kleinen Rahmen schaffen kann. Wie gesagt, das geht nicht nur mir so. Zitat von Sebastian Kirsch, der als Redakteur im Bereich Wirtschaft, bei der Wirtschaftsförderung, also Finanzen und Wirtschaft, da unterwegs ist, also eigentlich eher ein trockenes Thema. Aber selbst der sagt, durch visuelles und interaktives Storytelling lässt sich die Komplexität eines Themas deutlich herunterbrechen. Und er geht sogar so weit zu sagen, dass er ohne Animation manche Storys so gar nicht erzählen kann. So, und das finde ich dann auch wieder faszinierend. Da kann ich auch mal ein Beispiel zeigen. Wo man das ganz gut sehen kann. Es geht auch hier wieder nicht darum, Raketenwissenschaft zu machen, sondern ich versuche euch heute auch zu vermitteln, wie man mit einfachen Ansätzen eben effizient Mehrwerte schaffen kann. Hier ging es darum, eine Blockchain-Geschichte zu erzählen. Und das ist in der Wirtschaftswoche eigentlich immer so eine Doppelseite als Seitenblick, als Infografik im Heft. Ist super gemacht. Im Print auch nicht anders machbar. Aber wenn man sich das anguckt, ist es immer das Problem, man findet keinen Einstieg und braucht erstmal als Leser sehr lange, um zu verstehen, was mir eigentlich vermittelt werden soll. Weil es halt alles auf einen Blick ist. Und wir haben gesagt, digital können wir das doch auf eine Zeitlichkeit bringen. Können wir die Sachen eher in Segmente, in Wissenshappen zerteilen und dann den Lesern besser zugänglich machen. Und das ist das, was daraus entstanden ist. Das sieht jetzt aus wie ein Video, weil wir uns bewusst für eine Video-Like-Experience entschieden haben. Weil wir analysiert haben, dass die Leser das eher kennen und eher bereit sind, sowas zu akzeptieren. Aber das ist eigentlich nichts anderes als eine Web-Animation, die jetzt hier in dem Falle der Einfachheit halber auch einfach nur sequentiell abläuft. Aber die könnte man auch an jeder Stelle mit Sprungmarken versehen, mit Drill-Down-Content, dass man anhält, dass man gewisse Call-Outs dann noch dran macht. Das ist vom Prinzip alles machbar. Aber das war auch was, was innerhalb von... Wir haben uns da zusammengesetzt, überlegt, was können wir machen. Das war kein Tag Arbeit. Dann ist diese ganze... Also das sind zwei verschiedene Animationen in der gesamten Story und diese gesamte Story umgesetzt gewesen. Also die Visuals waren halt vorliegend als Illustrator-Dokument. Und das dann eben mit Animationen anzureichern und aufzubereiten, das ist kein so großer Mehrwert. Also ein Riesenmehrwert, aber kein großer Aufwand. So rum. Genau. Das Problem ist, warum wir nach wie vor immer noch ein bisschen zu kämpfen haben, wenn es um Animationen geht, dass wir ganz oft leider Animationen sehen, die eigentlich keinen richtigen Zweck erfüllen. Das heißt, nur weil man es kann, irgendwas rein- und rausanimieren. Das ist das, was ich ganz gerne so als Clicky-Bunty dann auch bezeichne. Und das ist dann natürlich was, was den ganzen Ruf auch schädigt. Also Animationen nicht um den Selbstzweck, sondern um etwas zu erreichen. Deswegen auch den Titel effizient einsetzen. Das Problem ist, wir haben selber mal recherchiert, so eine richtige Informations-, nachhaltige Informationswelt dazu gibt es nicht. Leider, man findet ganz viel zu verschiedenen Themen. Man findet ganz viel zu Animationen mit Animate CC, SVG-Animationen oder Greenstock-Animationen. Aber so dieses ganze Web-Animationen mal als ganzheitliches Thema. Und was heißt das eigentlich? Und welche Arten von Animationen gibt es? Und warum sollte man und warum nicht? Und wo sollte man wie? Was? Haben wir zumindest nichts so gefunden. Wenn ihr da was habt, sagt mir gerne Bescheid. Ansonsten haben wir halt deswegen das mal als Anlass genommen, uns selber mal Gedanken zu machen, um halt sowas wie eine Kartografierung davon mal anzustreben und auch eigentlich da gerne zu einzuladen, damit anzupacken, um nämlich einen ganz einfachen Aspekt davon hervorzuheben, dass man eine gemeinsame Sprache findet, um sowas wie Animationen auch kommunizieren zu können, planen zu können und natürlich im letzten Schritt dann auch einem Kunden gut verkaufen zu können, dass man eben da auch Argumentationsgrundlagen hat und das Ganze also mal ein bisschen angeht. Das ist jetzt mal so ein erster Entwurf, wie sowas aussehen könnte. Ich werde jetzt heute auch nicht auf die einzelnen Aspekte davon eingehen. Das lässt der Zeitrahmen leider nicht zu. Ich würde es gerne machen, aber ich habe leider nur 45 Minuten. Gebe euch aber gerne mal einen Einblick dazu. Grundsätzlich aber vielleicht erstmal, was ist eine Animation? Eine Animation ist eine Visualisierung, von Veränderung über eine Zeitperiode. Das kann man jetzt mal einfach an einem Beispiel hier klar machen. Ist jetzt in Tumult-Hype gebaut, könnte aber auch jedes andere Tool sein, aber hier geht es einfach schnell und sieht man ganz gut. Das heißt, ich habe ein Objekt, verschiebe das jetzt hier, habe unten vorher eine Zeitleiste benutzt, um zwei Keyframes zu setzen und dann wird diese Animation erzeugt, indem dann halt von dem ersten Zustand zu dem zweiten Zustand hin sogenannt interpoliert wird. Das heißt, im Endeffekt haben wir eigentlich so etwas wie einen Daumenkino-Effekt. Diese Figur wird immer pixelweise verschoben. Wir nehmen es aber als Bewegung wahr. So entstehen Animationen in der Grundlage. Wichtig ist hierbei jetzt nochmal sich vor Augen zu führen. Wir haben also immer ein Objekt, wir haben Zeitfaktor und, sorry, Wir haben Skript, also irgendwas an Logik muss da mit rein, damit wir diese Animationen dann nachher haben. Es gibt dabei Beispiele, da renne ich jetzt mal ganz kurz durch, die halt zeigen, dass man mit wenig auch viel machen kann. Das ist aus den, ich glaube, 30er Jahren tatsächlich. Das kommt aus dem Hause Disney ursprünglich. Finde ich immer nach wie vor ganz gut, sich vor Augen zu führen, dass man halt mit einfachsten Objekten, wie jetzt hier einem einfachen Quader, dann durch verschiedene Animationstypen sowas wie Emotionen und Leben auch einhauchen kann. Also eigentlich ein lebloses Objekt wie ein Würfel, der jetzt hier durch verschiedenste Stile dann verschiedene Emotionen auch ausdrückt und voranbringt. Gleichzeitig, oder ein anderes Beispiel, auch hier nochmal so Preloader, die Links schicke ich auch nachher mit der Präsentation nach oben übrigens, dass man auch hier mit einfachsten Objekten durch Animationen schon was ausdrücken kann und was erreichen kann. Gerade sowas wie Preloader. Ihr kennt es selber, wenn man sitzt und es passiert nichts, erstmal ein frustrierendes Momentum. Aber wenn man da sowas Spielerisches hat, dann ist die Wartezeit nicht mehr ganz so kritisch. Und das ist halt auch für eine User Experience nachher extrem wertvoll, wenn man solche Sachen auch antizipieren kann. Genau. Da habe ich eigentlich schon ein bisschen vorgegriffen. Nämlich, ihr hört schon raus, eine Animation zu einem gewissen Zweck. Man kann hier zum Beispiel, oder das war unser Ansatz, mal als Überkategorien anfangen zu überlegen, in welchem Bereich setze ich die Animation denn ein. Da gibt es für uns zumindest erstmal zwei größere Kategorien. Das eine sind UI-Animationen, also User Interface Animationen, die halt eben dazu da sind, um zu führen, aber trotzdem auch ein gutes Gefühl zu geben, dass man den Kontext besser versteht, dass man also mit diesem Interface besser zurechtkommt. Da sieht man hier zwei Beispiele. Bei Timpanos könnt ihr euch das angucken auch. Das eine ist, also das sind beides Download-Button, und dass man überhaupt ein Feedback dazu bekommt, was passiert jetzt eigentlich gerade. Das ist auch erstmal ein frustrierender Moment eigentlich. Ich klicke und warte. Ist mir letztens wieder aufgefallen bei Seiten, wo man halt zum Beispiel kein visuelles Feedback bekommt, wo man überhaupt gar nicht weiß, hat der Download jetzt gestartet, oder wie lange dauert es jetzt noch, was ist da eigentlich los. Und viel kritischer natürlich jetzt diese zweite Situation, was passiert, wenn der Download eben nicht klappt, nicht funktioniert. Und auch hier wieder, es ist eigentlich auf den ersten Blick, ist es banal, aber für sowas wie eine Brand, wenn man nachher versucht, wirklich aus einer User Experience heraus, Perspektive heraus, sind gerade diese Momente, wo eben die Webseite nicht funktioniert, wo irgendwas fehlt, die kritischen Momente, wo man nachher auch die User richtig verbrennen kann. Und mit solchen kleinen Spielereien kann man da halt wirklich entgegenwirken, und dann ist man eher geneigt, als User dem auch zu verzeihen, wenn das halt eben kommuniziert und aufgefangen wird. Das ist so die eine Kategorie. Die andere Kategorie, die ich eigentlich ein bisschen spannender finde auch, ist halt die Kategorie des Storytellings. Also wenn man es wirklich darum geht, mit Animationen ganze Geschichten zu erzählen. Hier mal ein Beispiel auch direkt, das ist von SBS eine ausgezeichnete Multimedia-Story auch gewesen. Da ging es darum, diese Flüchtlingssituation in der Südsee so ein bisschen zu beleuchten. Das ist hier so ein Scroll-Etailing, das heißt, ich scrolle hier runter und bekomme hier so Text, und das ist eine ganz nette Grafik im Hintergrund. Aber ihr seht gleich, wie jetzt hier, ja, da kommt es zum Beispiel, dass dann halt diese ganze Geschichte durch Animationen so hin und her geworfen wird, um halt eben diese Situation, wie das Boot auf See ist und hin und her schwankt, dass das damit ausgedrückt wird, und dass ich dadurch halt eben als Leser auch ein besseres Gefühl für diese beklemmende, bedrückende Stimmung auf diesem Boot bekomme. Also dass dann diese Animation tatsächlich auch ein integraler Bestandteil des eigentlichen Storytellings wird und mich auf einer ganz anderen Ebene inhaltlich auch abholt, als wenn ich jetzt einfach nur einen Text mit Bildern lesen würde. Genau. Auch dazu könnte ich jetzt noch zig Beispiele zeigen und erzählen, aber ich mache jetzt mal weiter. Große Frage ist natürlich dann, warum, wenn das doch alles so klar ist, wenn das doch alles so einleuchtend ist und alles so gut ist, warum findet das dann nicht viel mehr statt? Oder wo ist denn verdammt nochmal das Problem? Und eins der großen Probleme ist nach wie vor, dass wir es gerade bei Web-Animationen mit Browsern zu tun haben und Browser, auch wenn man von einer Gestaltungsoberfläche von Web redet, nach wie vor eigentlich keine richtige Gestaltungsoberfläche sind, sondern im Endeffekt nur Code verstehen. Das heißt, das, was ich da drin mache, muss ich irgendwo in Code übersetzen und dann sieht das meistens dann doch so aus, dass ich dann da mit der Tastatur sitze und tippe und das sich gar nicht so richtig wie gestalten anfühlt im Browser. Und das ist dann das, wo es dann oftmals dran krankt, weil man für diese Animationen nämlich eben genau diese Expertise aus beiden Welten braucht, dass man eine Designer-Perspektive hat oder Storytelling-Perspektive hat, Redakteur-Perspektive hat, um eine Geschichte zu erzählen und gleichzeitig braucht man aber auch trotzdem diese Coder-Seite, dieses Code-Verständnis, um das Ganze dann sauber umsetzen zu können, zumindest grundsätzlich erstmal. Da gibt es einen Ansatz, mit dem man das ziemlich gut machen kann. GreenSock, wer von euch kennt es? Ja, so ein paar, viele nicht. GreenSock, oder GZAP kurz, ist eine Animationsplattform, basiert auf JavaScript und ist eigentlich so die bekannteste, relevanteste, die am ehesten sich durchgesetzt hat an JavaScript-Bibliotheken für Animationen im Web. Es gibt daneben noch Anime.js und Velazot.js, also es gibt viele verschiedene, aber die sind halt so die stabilsten, die performantesten, die mit den meisten Featuren mit drin, also deswegen gehe ich jetzt hier ein bisschen näher drauf ein und zeige euch jetzt einfach mal so in der Demo, was das denn konkret bedeutet eigentlich. Dazu habe ich was vorbereitet, in alter Jean-Pütz-Manier. Mal gucken, dass mein Display ein bisschen anders aussieht als sonst, genau. Ich habe hier also in Illustrator jetzt einfach erstmal ein SVG geöffnet. Das wisst ihr hoffentlich, dass ihr in Illustrator auch SVGs öffnen könnt. Yay! Und kann jetzt hier mir auch die einzelnen Ebenen angucken und ich kann in Illustrator Ebenen benennen. Klar ist erstmal nichts Besonderes. So, dann kann ich es aus Illustrator eben als SVG auch speichern und das ist das, wo es dann interessant wird, dass ich nämlich als SVG, das seht ihr hier, das ist das SVG-Dokument und das habe ich jetzt in eine HTML-Seite einfach mal eingebunden. Das heißt, im Code sieht das Ganze, nochmal eben kurz, ich zoome gleich wieder dran, sieht das Ganze so aus. Ich habe hier eine normale HTML-Seite. Das ist ein bisschen größer, ja. Und habe jetzt in diesem HTML einfach diese Greenstock-Bibliothek reingeladen. Kennt ihr sicher alle, wie man sowas macht. Ansonsten komme ich später nochmal darauf. Das ist nur ein bisschen CSS, um das mittig zu positionieren. Und das ist das eigentliche Markup hier. Das heißt, ich habe dieses SVG in einem Objekt-Tag jetzt in meinem HTML eingebunden. Ich hätte es auch inline machen können, aber dann habe ich diesen ganzen SVG-Code mit drin. Ist halt immer so ein bisschen hässlich. Als normales Bild kann ich nachher nicht auf die einzelnen Sachen zugreifen in dem SVG. Das heißt, entweder als Objekt oder als Embed oder als I-Frame, dann könnt ihr auf das SVG ganz normal zugreifen. Und dann sieht das Ganze erstmal im Browser angeguckt so aus. Ich habe hier also mein SVG. Das liegt jetzt hier in dem Wrapper drin. Objekt, SVG, Dokument. Zack. Und dann habe ich hier mein ganzes SVG vorliegen. Das Schöne daran ist jetzt, dass ich diese Information, die ich in Illustrator hinterlegt habe, wie jetzt diese einzelnen Ebenen heißen, in dem SVG als ID automatisch vorliegen habe. Der Illustrator speichert das dann im SVG als ID. Und das ermöglicht es mir jetzt hier auf Code-Ebene, hier mit ein bisschen verspätetem Zugriff da drauf. Also ich warte jetzt auf das Load-Event, bla bla bla. Und kann jetzt hier aber in meinem SVG-Dokument, das ist das, was wichtig ist, auf dieses Element mit der ID man zugreifen. Und dann kommt eben dieses Green Sock-Animationswerkzeug in Spiel. Ich mache das mal kleinschrittig erstmal. Das heißt, ich erzeuge mir hier erstmal eine Zeitleiste, im Grunde genommen eine virtuelle. Und kann jetzt sagen, dass du von dem Zustand, wo du gerade bist, zu einem neuen Zustand über 0,4 Sekunden einen Translate anwendest. also 500 Pixel nach rechts und 500 Pixel nach oben verschoben wirst. Das Ganze dann auch noch starten. Mehr ist das jetzt erstmal nicht. Sieht dann im Browser, ich das refreshe, aber so aus, zack. Damit kann ich diese Figur schon bewegen. Und dann gibt es halt bei Green Sock noch eine ganze Menge andere Sachen, die man machen kann. Hier mal kurz als Beispiel ein Delay am Anfang eingefügt. Dann ein From, das heißt von einem anderen Zustand. Easing, das kann man auch mit drauf anwenden. Denn ihr bekommt es sicher so ein bisschen gerade mit. Ich will jetzt auch keine Green Sock-Schulung machen. Nur, dass ihr hier seht, dass ich mit ein paar Zeilen Code, mit so Chained Commands, schon eine relativ komplexe Animationschoreografie auf dieses SVG direkt anwenden kann. So, und hier nochmal ein Beispiel, wo das ein bisschen komplexer noch ist, dass ich also auch ein ganzes Array von Elementen anlegen kann. hier die Pfeile zum Beispiel, die speichere ich mir in einem Array und kann dann mit einer Stagger-Funktion, achtet mal auf die Pfeile, die kommen jetzt alle einzeln nacheinander rein. Ich habe aber nur eine Animationsanweisung geschrieben. So, das heißt, dieselbe Animation wird jetzt nacheinander auf verschiedene Elemente angewendet. Und das heißt, es bietet mir halt wirklich eine ganze Menge an Komfort und Möglichkeiten, um mich hier mit Animationen auszudrücken und kann also direkt in den SVG ganz einfach animieren. Also, das funktioniert natürlich nicht nur mit SVGs. Ich kann mit GreenSock auch ganz normale HTML-Elemente animieren. Also, für Web-Animationen grundsätzlich sehr gut geeignet. Das Problem an der Sache ist natürlich, ich habe es ja gerade schon mal gezeigt, ich habe erstmal die Anforderung, dass ich einen Code-Editor habe und in diesem Code-Editor dann diese Animationsanweisung schreibe. Für die Coder unter euch ist das wahrscheinlich nicht so komplex oder kompliziert. Für Leute, die aber eher nicht Coder sind, ist das teilweise schon ein K.O.-Kriterium beziehungsweise für komplexere Animationen ist das dann doch wieder nicht convenient oder zu aufwendig. Und dafür gibt es dann Autorenwerkzeuge, die eine visuelle Oberfläche bieten. Das ist zum Beispiel jetzt hier ein Screenshot aus Animate.cc von Adobe. Sieht aus wie Flash. Ist eigentlich auch von der Oberfläche her genau dasselbe wie Flash Professional. Ist nur umgebrandet worden, aber gibt jetzt HTML5 Canvas Animationen raus. Das heißt, das, was ihr in Animate baut, könnt ihr in allen modernen Browsern auch benutzen als Animationen. Das Problem an der Sache ist, deswegen klammere ich das jetzt hier gerade auch ein bisschen ein. Es ist ein Professional Tool. Es ist aus der Flashzeit noch kommen, gewachsen, gewachsen, gewachsen. Das heißt, wenn ihr dann mal eben was animieren wollt, habt ihr damit schon eher das Problem, dass ihr gerade versucht, ein Kastendbier mit einem 30-Tonner über die Autobahn zu fahren. Also das ist für komplexe Sachen, für schwere Sachen ist es ein sehr gutes Tool, aber es hat eine relativ hohe Einstiegshürde und es ist als Tool dann doch auch schwer zu handeln und ich steppe auch immer eine CreateJS-Bibliothek immer komplett mit rum und habe mit Canvas auch gewisse Einschränkungen, sagen wir es mal so. Genau. Aber visuelle Gestaltungsoberfläche. Animate ist nicht das einzige Tool, was es da draußen gibt. Die drei wichtigsten Tools, mal kurz vorgestellt. Animate CC habe ich gerade erwähnt, ist das komplexeste, ist auch das kompletteste von diesen Tools, bietet mir auch direkt eine API mit wirklich einer guten Anbindung und einem Code-Editor in dem Tool drin, dass ich da also auch gut mit JavaScript dann arbeiten kann und das Ganze komplett erweitern und ausbauen kann. Daneben gibt es noch Tumult Hype. Ich weiß nicht, kennt das jemand von euch? Zufällig da, ein, zwei. Credo von Tumult Hype ist eine San Francisco-based kleine Company. so ein bisschen das Erbe von Edge Animate angetreten, also es sind DOM-Manipulationen, die man dann damit macht. Es ist ein sehr designerfreundliches Tool, der Claim von Ihnen ist auch Design Without Code, würde ich so ein bisschen in Anführungszeichen setzen, weil wenn man dann was Komplexeres machen will, braucht man auch wieder Code. Ihr habt gerade bei dem ersten Beispiel von der Animation das Interface mal kurz gesehen, deswegen zeige ich es jetzt nicht. Wen es interessiert, kann ich auch gerne noch mehr im Nachgang zu erzählen. Problem dabei ist, das gehört immer dazu erwähnt, ist für macOS nur verfügbar. Also es gibt keine Windows-Version, leider auch in absehbarer Zeit nicht geplant. Kommt jetzt gerade Version 4 jetzt die nächsten Tage raus, die ist gerade in letzten Testphasen, wo man dann auch Fade zeichnen kann. Also ein sehr gutes Tool, ein solides Tool, aber auch hier brauche ich erstmal wieder einen Einstieg und muss nachher mit Keyframes komplexer Animationen dann relativ komplex auch erstellen. Google Webdesigner der Vollständigkeit halber ist ein Tool von Google, kann ich umsonst nutzen, ist aber primär geeignet, um HTML5 Banner zu bauen. Für was anderes würde ich es nicht empfehlen. Habe ich auch so das Feedback von anderen Web-Animationsexperten gekriegt. Es macht einfach keinen Spaß. Also für Banner bietet es einige Feature, die halt da gut sind, dass man vorgefertigte Templates hat und da auch gerade die Anbindung zu Google Apps und so weiter gut drin hat. Aber wenn man da jetzt wirklich Animationschoreografien drin bauen will, dafür ist es halt wirklich nicht so gedacht und geeignet. Das ist mehr Aufwand als Spaß. Genau. Problematisch ist trotzdem, dass wir einen Responsive-Kontext haben. Das gehört jetzt, auch da könnte ich den ganzen Tag zu erzählen, leider. Deswegen aber nur ganz kurz, dass ihr es auf dem Schirm habt. Diese Tools haben unterschiedlich gute Möglichkeiten, um responsiv zumindest ansatzweise was zu machen, aber richtig responsiv sind sie nicht. Das heißt, wenn ich interaktive Webanimationen einsetzen will, muss ich halt immer schon vom Konzept her überlegen, dass das nachher auch funktioniert. Das ist mir ganz wichtig, das hier zu erklären. Das ist auch einer der großen Punkte, warum solche Projekte gerne nachträglich komplex und teuer werden, weil es halt nicht von Anfang an responsive gedacht wird. Also das macht es halt eben echt schwierig, gerade wenn ich halt Animationen habe, wie soll das dann nachher vernünftig aussehen. Skalieren ist das, was Adobe sagt, können wir machen, ist aber das, was in der Realität dann doch nicht wirklich was bringt. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ich ein Cinema Display habe und das einfach von so groß auf dann mein Smartphone komplett klein skaliere, Schriften inklusive, Buttons inklusive, ich habe keine Media Queries, dann habe ich schnell ein Problem. Da gibt es auch Ansätze für, Lösungen für nicht von Adobe, aber das muss man auf dem Schirm haben, das ist aber auch so ein bisschen das Technologie Problem hier. Das Canvas zum Beispiel jetzt nicht so ideal geeignet ist für responsive Sachen und da versuche ich euch jetzt gerade in meinem Schnelldurchgang ein bisschen zu sensibilisieren, es ist leider auf manchen Stellen immer noch so ein bisschen Minenfeld. Nichtsdestotrotz sollte man sich das nicht von abschwecken lassen. Genauso hier mal ganz kurz als Überblick, weil dann doch oft die Frage aufkommt, ja was ist denn jetzt besser? Soll ich jetzt lieber HTML5-DOM-Manipulation machen? Soll ich SVG-Animationen machen? Oder soll ich Canvas-Animationen machen? Meine Antwort darauf ist ja. Weil das Problem ist, es gibt nicht richtig oder falsch in diesem Sinne, es gibt nur verschiedene Technologien, die verschiedene Stärken und Schwächen haben. Hier mal kurz der Vergleich von Canvas zu SVG mit zwei verschiedenen Kriterien. Das eine ist im Vergleich, wenn man verschiedene Displaygrößen hat und in Relation zu der Zeit, die die Animation jetzt braucht oder die der Browser braucht, um das darzustellen, da sieht man ganz klar, auf der ersten Grafik bin ich jetzt links, da sieht man ganz klar, dass beim SVG es relativ egal ist, wie groß das Display wird, die Darstellungszeit ist nahezu identisch. Das liegt daran, dass das SVG vom Browser selber gezeichnet wird, ich habe Vektoren, die kann ich halt beliebig weit auseinandersetzen, die Ankerpunkte, das macht performancemäßig keinen großen Unterschied. Beim Canvas haben wir das Problem, das ist wie so ein Wundermaler, der halt jeden Pixel neu zeichnet. Das heißt, bei jedem FPS, jedem Frame per Second wird diese gesamte Canvas-Fläche gelöscht und wieder neu bepinselt. Und könnt ihr euch vorstellen, das macht einen Unterschied, ob ich jetzt 600x400 Pixel bepinseln muss oder ob ich jetzt 1900x680 Pixel bepinseln muss oder je nachdem wie groß der Canvas ist. Und da rennt man leider dann doch auch sehr schnell in Performance-Probleme rein. Gerade wenn man halt Animationen dann baut und das sieht erstmal ganz gut aus und dann sieht man es auf verschiedenen Geräten und auf einmal fängt es an zu ruckeln. Das sollte man auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben und genauso wie mit anderen Webseite-Technologien Test-Early and Offen. Also auch ganz viel auf verschiedenen Geräten Animationen angucken, weil es sieht nie gleich aus. Muss man halt immer auf dem Schirm haben. Auf der anderen Seite sieht man, dass SVGs auch leider nicht das Allheilmittel sind. Auch da haben wir gedacht, jetzt hätten wir vielleicht mal eine Technologie, mit der wir das alles richtig schön machen können. Es krankt dann doch in Details leider immer wieder. Hier sieht man zum Beispiel, wenn ich komplexere SVGs benutze, das heißt, je mehr Ankerpunkte mein SVG benutzt und je mehr Objekte ich in dem SVG habe, desto schlechter wird die Performance über die Zeit, weil der Browser das halt mit mehr Informationen verwalten muss an der Stelle. Und auch das wird schnell leider hässlich. Andere Aspekte sind das SVG 2.0 zum Beispiel als Spezifikation schon seit ich glaube 2014 im W3C einen Recommendation Status fast hat, aber seitdem sich eigentlich auch nichts dran getan hat. Also das ist dann das Problem mit dem W3C insgesamt, dass diese technologischen Fortschrittszyklen dann doch eher langsamer sind, als man gerne hätte. Das heißt, wir sind seit Ewigkeiten jetzt mit SVG 1.1, 1.2 3.3.2 he Vorteil Cont Leaving Ich will euch aber nicht abschrecken machen und deswegen will ich zum Ende noch mal ein paar Lösungsansätze bitte auf den Weg geben, die ihr bedenken solltet. Das Erste ist schon relativ gut rausgekommen. Wenn ich Animationen mache, muss ich das Medium verstehen, in dem ich meine Animationen stattfinden lasse. Das heißt, es bleibt leider nicht aus, wenn ich wirklich effizient Animationen bauen will, dass ich weiß, wo der Unterschied zwischen HTML5-Animationen im DOM, genauso wie CSS-Animationen im Vergleich zu JavaScript-Animationen oder Canvas-Animationen, WebGL-Animationen oder SVG-Animationen sind. Also leider zu wenig Zeit, das jetzt alles auszuführen, aber das muss man auf dem Schirm haben. Oder wenn man sich dann, in der Realität ist es ja schon so, dass man sich dann eher auf eins festlegt, dass man dann aber sich bewusst macht, was sind davon wenigstens die Stärken und Schwächen, um bei der Konzeption das auch mit berücksichtigen zu können. Dass man dann nämlich die Projekte so aufzieht, dass man die Stärken nutzt und die Schwächen dann nicht da als Fallstrick nachher hat, wo das ganze Projekt dran leidet. Leider auch viel zu oft schon passiert bei mir. Oder dass wir da zugerufen wurden und da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, weil auf die falsche Technologie gesetzt wurde und das, was vorgesehen war, gar nicht mit dieser Technologie so einfach umzusetzen ist. Und man einfach gesagt hätte, ja, SVG wäre vielleicht besser gewesen, da können wir zum Beispiel CSS nutzen, da können wir dann halt Sachen auch cachen, da haben wir dann andere Möglichkeiten, da können wir das halt viel besser einstellen. Also von daher, setzt euch mit dieser Materie auseinander. Animation ist nicht gleich Animation. Und das nächste, was ich nochmal fünfmal unterstreichen möchte gerne, think inside the box. Klingt immer komisch, wenn man das so sagt, weil man sagt ja immer so, denk mal außerhalb der Kiste, think outside the box. Aber nee, gerade wenn es um Animation und Interaktivität geht, ist weniger oft mehr. Und gerade wenn es darum geht, effizient Sachen einzusetzen, wenn man drüber nachdenkt. Einfach schauen, was habe ich da? Was ist mein jetziger Zustand? Und gerade auch für Designer, für Journalisten, für Agenturen, da kann ich es nicht oft genug sagen, schaut erstmal, wo sind eure Kernkompetenzen? Was macht ihr jetzt gerade schon? Und wie kann man das mit wenig Aufwand auf ein nächstes Level bringen? Und dieses nächste Level ist meistens schon ein ganz anderes Level, also ein Quantensprung. Also, dass man mit wenig Animation, Interaktivität und Gamification schon ein ganz anderes Nutzererlebnis schaffen kann. Da werde ich gleich auch noch Beispiele zu zeigen. Weil dann kann auch diese Kompetenz nachhaltig, nachträglich wachsen. Ihr habt jetzt gerade auch, das ist vielleicht nochmal so als Rückgang, ihr habt gerade ein bisschen verstehen können, hoffe ich, dass es eben auch ein komplexes Thema sein kann. Und wenn ich direkt ein komplexes Projekt plane, dann ist da die Wahrscheinlichkeit, in Fallstricke zu rennen, gerade Responsiveness etc. sehr groß. Wenn ich aber sage, hey, ich habe ein kleines Element, das will ich mal einen kleinen Baustein auf der Webseite, den will ich jetzt mal minimals mit Interaktivität und Animationen anreichern und nicht direkt ein riesen Telekom Smart Home Projekt machen, dann kann ich da schon wesentlich effizienter und einfacher Mehrwerte schaffen und mich nicht verbrennen. Ich zeige eine kleine Demo, was ich da meine. Ihr solltet ja auch mal hier was mitnehmen. Hier geht es zum Beispiel darum, das ist eher so eine Tech-Demo jetzt gerade noch. Und unsere Überlegung war, wie kann man wirklich jetzt mal aus normalen Bildern, mit einfachen Bildern, kann man nicht damit schon ein aktivierendes Inhaltsformat schaffen? Und bin ich mal auf eure Antwort gespannt. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel hergeht und ein Auto einfach nur zweimal fotografiert, einmal mit geschlossener Heckklappe, einmal mit offener Heckklappe und ihr seht es gerade rechts dann in dem Code tatsächlich, wir überblenden dann einfach nur diese zwei PNGs, die genau übereinander liegen, indem wir die Opacity dann einfach von 0 auf 1 animieren. Und das on Hover quasi. Das heißt, so wird für den Nutzer schon ein aktivierendes Erlebnis geschaffen. Ist natürlich jetzt keine Minimal zu formen, aber es geht darum, euch ja ein bisschen inspirieren zu können hier, dass man also hier schon reingezogen wird als User und mehr erfahren möchte. Dann kann man zum Beispiel dann draufklicken und dann entscheidet ein Callout oder so. Aber das ist halt mehr, als wenn ich jetzt einfach nur ein statisches Bild hinmache oder einen Container, der sich selber dreht. Hier nochmal ein anderes Beispiel, wo es auch wieder darum geht, mit möglichst wenig viel zu erreichen. Das ist am Anfang kein Video. Es ist ein Bild, was hochformatisch geschossen ist und im Hintergrund einfach nur bewegt wird, hinter dem Container, hinter dem Div-Container. Fühlt sich aber an wie eine ganze Kamerafahrt. Und das genauso hier, so einen Magneteffekt draufzusetzen, das sind auch Sachen, die kann man dann in einem Framework abstrahieren und dann jedes Mal auf Bilder, wo man das gut findet, anwenden, sodass dann halt so ein leichter Parallax-Effekt erscheint, indem ich jetzt einfach nur die Mauskoordinaten quasi auslese und das Bild gegengesetzt zu der Mausbewegung halt so leicht hin und her bewege. Und das ist dann halt auch was, was ich in Workshops mal ganz oft gehört habe, ist es gut, wenn man die Kunden überraschen kann. Wenn man auf der Webseite mal was macht, was derjenige nicht erwartet, weil dann kriegt man Aufmerksamkeit und kann halt vor allen Dingen die Aufmerksamkeit auf wichtige Aspekte lenken. Auch da nochmal kurz die Betonung, es geht nicht darum, dass man das jetzt überall einsetzt und dann ganz viel macht auf der Webseite und alles fliegt rum. Nee, ich kann mit Animation, mit Bewegung die Aufmerksamkeit bewusst auf relevante Aspekte lenken, um da halt eben dann eine Conversion zu erzielen. Hier auch, das ist einfach getraced und also in Illustrator nachgezeichnet, eine Maske draus gebaut, drüber gesetzt und dadurch kann ich hier ein ganzes Interface bauen. Also ich will jetzt hier auch nicht zu viel zeigen, aber einfach mal so als Inspiration auch hier kurz nachgezeichnet und dann einfach da rumlaufen lassen als Animation. Hier auch dieses Öffnen sind auch wieder nur zwei Einzelbilder und dann kann man auch zum Beispiel hier eine PNG-Sequenz hintereinander ablaufen lassen. Das ist auch keine Full-Fledged-Animation, das sind einfache Einzelbilder. Klar, die ist jetzt von dem Dateivolumen her ein bisschen größer, aber wenn ich das auf einer Unterseite irgendwo mache und nur fürs Web, dann ist das auch vertretbar. Das muss man halt natürlich immer schauen. Gut. Das ist so das Grobe. Jetzt möchte ich euch noch in den letzten paar Minuten, ich überziehe jetzt gerne etwas. Ich hätte das mit dem Überziehen nicht sagen dürfen. Aber ich möchte euch noch ein paar Einblicke geben in das, wo wir gerade dran arbeiten und da könnt ihr gerne auch Feedback geben, ob ihr das interessant findet oder nachvollziehbar findet, weil wir gemerkt haben, ich habe es gerade erklärt, die einen Tools sind so komplex, dass man es im Alltag oft nicht einsetzen kann, wenn man da nicht jeden Tag mit arbeitet. Andererseits, rein in Code zu arbeiten, ist dann auch irgendwie wieder zu komplex. Gibt es da nicht irgendwo was dazwischen? Und da setzen wir gerade an. Das eine ist halt wirklich SVGs anzureichern. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Adobe XD? Zufällig? Doch, viele. Sehr schön. Ich will jetzt hier keine XD-Promo machen. Für mich ist nur relevant, XD ist eine Design-Oberfläche und hat eine Plug-in-Schnittstelle, mit der ich als Entwickler auf sämtliche Informationen auf diese Design-Oberfläche zugreifen kann. Das heißt, wir haben ein Hackable-Design-Tool und wir lieben das, können da jetzt also wildes Zeug mitmachen. Hier mal ein kleines Beispiel. Das ist ein SVG, jetzt auch in XD gezeichnet, einfach eine Grafik. Und ich habe jetzt hier die Ebenen einfach mit einem Hash vorab bezeichnet. Das heißt, die Ebenen heißen jetzt Hash-Wheel und Hash-Upper. Das ist für uns eine interne Konvention, dass wir das dann ähnlich wie in Illustrator die IDs entstanden sind, hier das dann auch nachher durchlaufen können und das als IDs nachvollziehen können. Das ist jetzt ein von uns erstelltes Plug-in in SVG, in XD. Und jetzt schreibe ich hier direkt eine Code-Anweisung rein, eine Green-Sock-Anweisung rein. Muss aber gar nicht mehr gucken, wo schreibe ich das jetzt genau hin. Schreibe es einfach direkt da rein, exportiere das Ganze als SVG und kann es dann im Browser öffnen. Und sehe jetzt hier an den Rädern, dass ich also mit dieser einen Zeile Code schon direkt diese Grafik, die ich in XD gebaut habe, mit Animationen anreichern kann und bauen kann. Ich kann euch nochmal so das fertige Projekt kurz zeigen. Dann kann man es, glaube ich, noch ein bisschen besser lesen hier. Das heißt, das ist wirklich klassisch Green-Sock. Das heißt, da könnt ihr auch Dokumentationen angucken und euch da die Code-Snippets raussuchen. Und wenn ihr genau darauf achtet, das sieht vielleicht am Anfang ein bisschen kryptisch aus, aber es ist eigentlich immer wieder dasselbe. Die Art und Weise zu schreiben, ich habe das auch mal im Workshop schon mal probiert. Das dauert eine halbe Stunde und dann garantiere ich euch, ist jeder von euch so fit, dass er die ersten Sachen selber animieren kann. Also das ist wirklich kein Hexenwerk. Und wir haben da auch noch ein Code-Snippet mit reingebaut, wenn da noch mehr. Und Visual Code Composer ist dann das, was als nächstes noch mit ansteht. Das heißt, ich mache es jetzt gerade hier mal live. Mal gucken, ob das jetzt noch finale Demo ist. Dann habt ihr es zumindest mal kurz gesehen, dass das auch nicht gelogen ist. Also hier kann ich den ganzen Hintergrund und das bobbelt alles ein bisschen. Das waren diese paar Zahlen Code, die ihr gerade gesehen habt. Das heißt, das ist halt wirklich mit ganz wenig Aufwand kann ich hier schon viel erreichen. Und das Zweite ist, wenn man noch weniger Code benutzen möchte, haben wir einen Ansatz, mal ganz anders Animationen zu denken, noch an dem wir gerade arbeiten. Und da geht es darum, hier auch das ist ein Plugin, an dem wir gerade sitzen, dass man eben diesen ganzen Animationsvorgang anders macht. Dass man so ein bisschen kein Burns-Effekt hier, eigentlich, wir nennen es Hinting, mit einem visuellen Element den Ausschnitt zeigt, den man zeigen möchte. Weil sonst, wenn ihr so von einer Animation redet, würde ich ja nicht anfangen, ja, dann mache ich einen Keyframe und dann zeige ich den Keyframe und in dem Keyframe habe ich dann die und die Transition mit drin. Sondern wenn man irgendeine Geschichte erzählt, sagt man ja hier, ich fange hier an und dann zoome ich so rauf und dann gehe ich hier rüber und diese Art von Zeigen wollen wir jetzt halt übersetzen in einen Tool-Vorgang. Das heißt, hier habe ich dann verschiedene Rechtecke eigentlich nur angelegt, um zu zeigen, was ich zeigen möchte. Das jetzt rechts daneben ist dann eben der Export, dass ihr es dann mal seht, was da eigentlich passiert und oben das Browser-Fenster. Das heißt, ich wähle jetzt das Artboard aus, sagt dann in meinem Plugin, dass ich das gerne als GZAP-Animation exportieren möchte. dann schmeiße das gerade kurz da hin, zack, wird gebaut und im Browser seht ihr es direkt aktualisiert, dass das, was ich da mit diesen Rechtecken gezeigt habe, dass das direkt in eine Animation übersetzt wird. Und das wird nachher auch ein bisschen komplexer sein. Hier mal eine Demo, die halt das Ganze, wie gesagt, immer noch erstmal nur ein einfaches Bild im Hintergrund, was ich aber dann anreichern kann, zum Beispiel auch über solche Callouts, Hotspots, dass ich da also Sachen ein- und ausblenden kann. Das ist auch immer noch alles in XD einfach angelegt und gebaut und ohne, dass ich eine Zeile Code schreiben muss. Und das wird alles, ich kann nonlinear von da nach da gehen und damit halt überhaupt mal so eine Art Storytelling von unten, von klein auf gedacht zu machen, finden wir erstmal spannend, rauszufinden, wie weit man damit kommt und was man damit alles machen kann. Später wird es natürlich dann auch eine Timeline geben, wo man die Sachen dann hin und her schieben kann. Das ist aber dann erstmal für später gedacht. AMP-Animationen werden damit auch machbar sein. Das heißt, nicht nur JavaScript-Animationen, sondern mit AMP auch. Und wen das interessiert, ihr könnt euch da über die URL für diese letzten zwei Projekte, die ich gezeigt habe, schon mal vorregistrieren. Und dann könnt ihr da Early Access bekommen und gerne auch mit uns Feedback im Feedback iterieren, was ihr da sehen würdet, was ihr gerne hättet, was ihr da sinnvoll findet. Alright. Ich bin fünf Minuten über der Zeit, aber ich glaube, das war alles im großen Rahmen. Wenn ihr Fragen habt, würde ich sagen, stellt die Fragen gerne gleich im Nachgang zu mir an mich selber. Ich warte hier immer noch und wünsche euch noch viel Spaß bei der Webinale. Ich hoffe, ich konnte dieses Thema so ein bisschen auffrischen, aufweitern und euch Mehrwerte bieten. Macht auf jeden Fall was draus. Also, ich will auf jeden Fall mehr Animationen sehen und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.